Willkommen zu einer neuen Folge der Gaming Boost Test Reihe. Heute neue Location. Es kommt wieder ein Video, aber hier haben wir NRG, ja Out of Focus, danke, NRG, NRG, okay, Blue Wave und wir haben wieder 240ml drin, also am Wasser mit 2 Gramm, 4 Gramm Pulver und ich bin davon immer noch nicht überzeugt. Ich will ganz kurz auf das Design ein, würde ich sagen. Design ganz schlecht, ganz hässlich, wie die letzte auch. Ja, wir machen sie immer auf. Sie kommt dazu, heißt oben noch ein Dings drauf. Braucht gerade ein bisschen. So. Und ein Löffel liegt sogar oben, was ein Luxus hier. Hier, so sieht es aus. Ist halt ein, ja, normales, helles Pulver. Das ist halt so, oh. Also wir haben hier Blue Wave, das soll irgendwas mit, irgendwas mit Blaubeere zu machen. Das soll es sein, schätze ich mal. Ja. Da stehen typische Sachen drauf, nicht für Kinder, nicht für Schwangeren, stehende Frauen, so. Und wieder 250ml hier drin. War schon wieder schwer abzumessen. Aber, ich würde sagen, die Seite gar nicht angucken. Wir gehen direkt rein, die Seite habt ihr schon gesehen. Mit wegen, wir müssen wir direkt. So. Und da sind wir jetzt. So. Den nehmen wir ein Volllöffel ungefähr hier. Und ab rein damit. Ah, es wird schon mal blau. Ich hab ein Glas vergessen. Das ist schon mal sehr top. So. So. Ich würde sagen, kurzer Cut. Ich muss ein Glas holen. Jetzt sind wir wieder. Energie ist hier. Booster ist hier. Und sagen, wir kippen mal rein. Viel ist es ja nicht. So. Der muss auch wieder gewaschen werden. Die Robbe, die arme Robbe hier. Aber, es ist halt blau. Ja, was soll man sagen. Es ist halt blau. Und ist das Pulver? Das Glitzer drinne. So. Ich finde, wenn ich gleich einfangen kann, zeige ich dir ganz kurz. Ah, es ist mal Glitzer. Okay. Wir probieren jetzt mal. Wenn ich sagen. Okay. Ich hab keine Ahnung, was da schon so ein Geschmack war. Ich weiß wirklich nicht. Es ist keine Heidi Bier vom Geschmack her. Es ist aber auch nichts anderes. Es ist irgendwas saures oder so. Ich hab echt keine Ahnung, was da schon soll. Es ist irgendwie ganz komisch. Ja, was soll ich denn zu sagen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. in die runden für vielleicht ein cut für mich drei vier stunden fünf stunden zocken mal gucken und dann sehen wir es beim endresultat da sind wir wieder angekommen mittlerweile ist fast abends fast richtung 20 uhr nrg blue wave ich hab noch mal nachgegoogelt auf die seite es soll blaue himbeere sein blaue himbeere gibt es eigentlich nicht in echt das ist quasi einfach nur schwache stärker der in süße sache eingepackt werden und schmeckt einfach nicht wie himbeere das soll so gesehen ja sein jetzt haben wir jeden fall auf die bilanz ein bilanz habe ich designt weiterhin extrem langweilig nichts vorhanden null was geschmack es schmecken schmeckt gar nicht so schlimm wie das andere aber es ist absolut süß und ja ja auch nicht haben wir system media gelassen gleich schlimm wie vorher wirkung auch gleich schlimm wie vorher kaum ist gar nicht vorhanden preis es ist viel zu billig es ist halt der preis der so ist das kann nichts gutes sein das merkt man auch der preis ist zu billig um es quasi wahr zu haben und es bringt einfach nichts versand ihr die letzte folge gesehen riesige kartons in der stoffe 1 von 3 ja habe ich einfach gelassen ja dann kommen wir auf eine 4,5 von ja ich glaube 18 punkten insgesamt damit landet nrg blue wave auf platz zwölf quasi über green wave von nrg aber nur ein halbpunkt mehr und loot ist darunter knapp es hat drüber knappe sechs punkten das heißt platz zwölf momentan ja ja das war es eigentlich auch merke sich zu sagen ganz ehrlich nächste folge kommt eine neue marke mal wieder habe ich heute zu bekommen kommt nächste woche sonntag denn ich habe ein paar neue projekte offen die kommen werden am montag etc dazu wie gesagt das ranking sieht ihr immer ein paar tage früher immer auf dem disco server deswegen kommt gern auf den disco server erster link in der beschreibung da seht ihr die ganzen gaming da sieht die ganzen rankings könnt ihr ganz dran zocken gerne zusammen irgendwelche videos gucken oder sowas dazu voll ganz so schön mit social media es gab wieder ein instagram post zu einem booster mit auf dem twitter twitter im bild folgen auf twitter twitter aktiv des todes und sonst ja eigentlich viel ich habe unten eine wunschliste da könnt ihr mir gerne was bestellen wenn ihr möchtet keine pflicht natürlich das ist ein traum der sachen viel content heißt andere neue game booster marken alles freiwillig natürlich kein muss und sonst ja was an dem video das was an energy blue wave heute schönen morgen mittag oder abend das ist mir bis zum nächsten mal und ciao